Ein Zuschauer hat gefragt, wie man eine Leitung am besten aus einem Brüstungskanal wieder herausbekommt, zum Beispiel für eine Lampenleitung. Einfachste Version. Kabel direkt durchziehen. Zweite Version. Mit einem Tipprohr. Dritte Version. Eine Klemmdose setzen und da drauf eine Leuchtenauslassdose. Die ganze verkehrt rum, dann geht die Leitung oben raus. Die gibt es von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Ausführungen. In der Videobeschreibung verlinkt ihr ein paar.